Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute gibt es tatsächlich wieder mal einen besonderen Moment. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Ja, Fusey und ich, wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Und das war tatsächlich ziemlich krass. Ich hätte selber nicht gedacht, dass wir das schaffen. Aber ja, wir haben tatsächlich zwei Masterspieler. Einen davon definitiv mit 40.000 Kills, ja, gekillt. Beziehungsweise ungünstig erwischt. Wobei das glaube ich nicht. Aber Leute, ich würde sagen, guckt es euch einfach selbst an. Das war auf jeden Fall ein legendäres Spektakel. Aber auch irgendwie ein Gemetzel. Und trotzdem zu Beginn eine sehr, sehr weirde Runde. Trotzdem war geil. Zurücklehnen, entspannen. Let's go. Wuhu, Explosion. Das ist das, was Fuse einfach kann. Dann, let's fetz. Okay, kriege ich Sinn. Oh, ich lande immer auf dieser Kante, ne? Kennt ihr das? Ich lande hier immer auf dieser Kante, außer ich spiele Horizon. Wenn ich nicht Horizons spiele, dann lande ich immer auf dieser Kante. Das regt mich total auf. Und ich habe absolutes Müllequipment. Gut, eine Alternator, kann man drüber reden. Ist aber echt nicht so geil. Triple Take, muss ich schauen, dass ich möglichst schnell wieder los werde. Weil, ja, ne? Aber die ist halt jetzt full equipped, ne? Also, ich habe jetzt schon fast alle Attachments für sie. Soll ich ihr eine Chance geben? Ach, komm. Komm. Wir probieren die Triple Take mal. Vielleicht erweist sie mir einen guten Dienst. Aber, I don't know. Irgendwie, irgendwie fühle ich sie nicht so. Yo, ich komme. Heiliger Binbar würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber, okay. Oh, ich höre sie outside. Oh, gute MagiQ. Als hätte er schon gewusst, dass ich hier durch will. Hä, aber ich sehe niemanden. Hä? Lol, von wo? Okay. Die Triple Take war ein Fehler. Die Triple Take war ein absoluter Fehler. Oh, okay. Immerhin mal ein Hit. Ey, die spielen so weird, ne? Brudi. Du musst jetzt erstmal dich heilen. Komm schon. Wenn der Knackel Cluster jetzt runterfällt, könnte er vielleicht genau auf die drauf fallen. Oder fällt die überhaupt runter? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Nein. Nein. See ya. Okay. Die meinen es ernst, Leute. Die verstehen keinen Spaß. Ja, ich kann nicht. Es piekt keiner. Alles ob. Digga. Nein. Oh nein, das hier wird jetzt gleich Q'n. Das hier wird gleich Q'n. Bitte, 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 bitte. Lass mich durchbekommen. Bitte. Ansonsten war es das. Millisekunde. Kommt da noch ein anderes Team? Ja, kommt's. Okay. Das ist vielleicht eine Chance, die wir nutzen könnten. Hä? Und die sind jetzt weg, oder was? Komplett. Ich blick nicht mehr durch. Aber hier sehe ich auch nicht mehr. Doch, doch, doch. Alles ob. Okay. Okay. Dann lassen wir auf die fokussieren. Ich glaube, die anderen zwei sind weg. Habe jetzt keine Zeit, das zu verifizieren. Hä? Wo denn? Oh. Bro, du bist one shot. Oh Gott. Nice. Arrest, 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 arrest. Please, 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 please. Oh. What? Nice. Dankeschön. Uiuiui. So. Schmeiß die Triple Take weg. Ja. Na, nein. Liebend gerne. Aber Triple Take, vergiss es, Alter. Vergiss es. Diese Waffe wurde so zu Tode genervt, die kann ja gar nichts mehr. Alter, Stormpoint ist wirklich ein Phänomen. Man läuft hier fünf Stunden über die Map und zieht einfach keine Gegner. Oh, dankeschön. Lol, Moment mal. Ich glaube, ich habe hier was gehört. Ja. Ja. Am Dach, oder? Oh, das ist ein Fehler, Kollege. Das ist ein Fehler. Wo? 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 Alright. Wo? Oh, lol. Okay. Alles klar. Ey, das ist schon wieder so eine weirde Runde, ne? Oh, Gott, Alter. Ich dachte kurz, aber nee, ist ein Brawler. Alles gut. Aber was ist das hier schon wieder für eine komische Runde, ey? Oh, ich höre. Oh, ich höre was. Oh, ich höre was. Da oben ist Action. Oh. No way. Okay. Brudi, komm runter. Okay, das kam unerwartet. Das kam total unerwartet Als ob die sich da oben einen abcampen Mit hässlichen Watson-Zäunen Oh nein Ja, 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 ja Ich hab's gehört Oh Gott, oh Gott Da ist ein zweites Team Oh Alter Okay, wer auch immer diese Watson ist Die spinnen ja komplett Ich helfe sofort, ich helfe sofort Oh No way Hä? Wo ist er hin? Irgendwo ist ein Jump-Hit? Irgendwo ist ein Self-Rest? So Du Resty auf jeden Fall nicht Alter Junge, was hattest du denn? No way Oh Läuft, 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 läuft Schaff ich das? Yes Oh, knapp, aber Alright Yo, yo, yo Hä? Achso, unter mir Oh, oh Er ist gefangen Er ist gefangen Let's go Bam GG Yo, what? Und das ist noch der letzte Squad am Leben? Okay, Stormpoint ist absolut weird No way Ah ja Das war Interessant Yo, ich komme Oh, war vielleicht ein Wrong-Ping Oh Oh nein Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ne? Die Banner Die Banner wären es, oder? Okay 20 Bomb Hex, yo Das ist der Kill Leader Der andere ist auch Master Er ist auch Master Ja, let's go Okay Wow Und lass mich raten, das ist der letzte Squad, oder? Ja, natürlich Natürlich Okay Das könnte Hardcore belastend werden Also wenn die beide die letzte Squad sind Also beide der letzte Squad, dann ja, ciao Beide Master Beide 4K-Batch Beide 20 Bomb Ich will gar nicht wissen, wie viele Kills die haben Ey, ohne Spaß Wow Wow Apex Matchmaking kickt mal wieder rein Aber okay Noch ist nichts verloren Nie Die Hoffnung zu früh aufgeben Weil wer weiß, was passiert Aber dafür müssten wir sie halt erstmal sehen Ach komm Ja Die What's not? 40.000 Kills Alles klar Ja Okay Also eigentlich können wir unser Testament schon schreiben Das ist Das wird fast nicht machbar sein Und da sind sie No way Und es ist die Watson, Alter Und Oh What the hell Haben die gute Hits Komm schon Okay, die sind krank Die sind absolut krank Das können wir fast nicht holen Das können wir fast nicht holen Oh Oh, der andere Self-Rest Der andere Self-Rest Oh, komm her, Kollege Komm her, Kollege Lol Habe ich gerade ernsthaft Eine Watson Mit 40.000 Kills Gewonklippt No way Das ist gerade nicht passiert, oder? Also was heißt Gewonklippt Habe ich sie ja nicht Aber Ich habe hier schon richtig Kranke Hits reingedrückt Und Alter Das sieht halt überhaupt Nach keiner guten Runde aus Jetzt mal real talk Aber das war Hochspannung pur Drei Kills Drei Assists Aber Leute Ich muss die Runde nehmen Ich muss die euch einfach zeigen Weil Das war krass Also dass ich die Watson kriege Hätte ich nicht gedacht Wow Alles klar Das Video wird heißen Hey Fuse killt eine 40.000 Kill Watson Oder so Ich glaube ich habe seit langem Mehr keine so Ich sage mal Unterbewertete Runde hochgeladen Aber ey Ich muss das euch zeigen Es hilft nichts Wow Okay Das hätte ich nicht gedacht Leute Wenn es euch gefallen hat Und wenn ihr es genauso Unglaublich fandet Dass wir hier gerade Mit Fuse Welcher nicht mein Main ist Eine 40.000 Kill Watson Und ihr Mate Ich weiß nicht wie viel ihr Mate hatte Wahrscheinlich auch 20.000 Kills oder so Keine Ahnung Ja Wenn ihr es genauso Unglaublich findet Dass wir die zwei Gerade auseinandergenommen haben Dann lasst unbedingt Eine positive Bewertung da Ich kann es immer noch Nicht ganz fassen Das war unreal Das war einfach unreal Wow Leute Ich würde sagen Ich brauche jetzt eine Pause Wir sehen uns morgen Zum nächsten Video Macht's gut Bis dann Und ciao Bis dann Untertitelung des ZDF, 2020